So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIBA 18 Karriere. Es geht hier auswärts gegen Sheffield weiter. Man möchte natürlich den Aufwärtstrend mitnehmen, der da ist. Sheffield Wet Punkt. Wie auch immer, einen Heimkehrer gibt es, der wird hier mal auf Laufen probieren. Okay, es hat zwar geheißen, ich kann ihn schon einsetzen, aber ist okay. Dann halt nicht, dann im nächsten Spiel erst. Es ist so, wie es ist. Oh. Nice. So, die drei Versuche machen wir noch. Okay, vier sind es insgesamt. Ja, nicht gut, aber knapp. Danke, enjoy the game. Okay. So, I will come. Stanley. Wurde hier gestört. Oh, Braniak. Sehr schön gemacht, sehr schön noch zum Ball gekommen. Oh, das war ein Ei Spaß, der nur mit einem Foul bereinigt werden konnte. Oh, das war jetzt zu viel. Palmer wurde niedergemäht. Das gibt auf jeden Fall Gelbermei. Schulter. So. Oh, Mann. Boah. Hammer. Hammer. Alter, dass der nicht reingegangen ist. Hammer Schuss, der unbelohnt geblieben ist. Hammer. Überall. Jetzt wissen wir doch, wer eine Gehrweg hatte. Ah ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer hier bei den Trikots. So, aber jetzt. Dann leg ich lieber ab. Dann leg ich lieber ab. Oh, Alter. Goalie. Wie wärs, wenn du hinlaufst? Ja. Ja. Das hat sich abgezeichnet. Oh. 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 liegt 1 zu 0 hinten, ist noch kein Beinbruch, aber so wie man sich hier tut, ist das zu wenig. Doppelwechsel. Da soll für mehr Power gesorgt werden. Shot it. Armstrong Oh Oh Let's just take a park to lose Oh 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 Ja man lasst sich hier verdammt reindrängen Oh Und kriegt den Ball nicht weg Verdammt Oh Oh So So geht da jetzt was Na Happy birthday to Sasha Walker Celebrating today from Grandad Stan and Gran Hmm 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 Ah Hmm 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 Das ist eine Antwort. Zwei kurzerang nix. Zwei kurzerang nix. So, letzter Wechsel, jetzt kommen wir endlich aufs Feld. Das ist ein Wahnsinn, die kriegen den Ball immer. So, ja, Aufwärtstrend von Linkin City ist gestoppt, man verliert jetzt hier 1 zu 0. Verdienterweise, man fährt nicht wirklich ins Spiel. Rink hatte die Ober-Megamörder-Top-Chance, die aber leider nichts gebracht hat. Obranek hier auch wieder sehr aktiv. So, ja, aufwärtst. So, ja. Das hier war die Mega-Schmörder-Chance. Schade, schade, der Ball springt von Stange zu Stange. Mit den Ecken konnte man nicht viel anfangen. Aber dann zeigen es die Gäste, nicht die Gäste, die Heimherren, wie es geht. So, ja. Ja, man hatte aber über weitere Strecken Glück, dass es hier nicht noch höher ausfällt. Sheffield Wednesday, sag ich mal, werden die heißen. Gegen Linkin City 1 zu 0. Schade, schade. Ich bin der Feingehmer. Macht es gut. Bis dann. Ciao und Baba.